hallo und herzlich willkommen zur nächsten folge feed the beast und mit dabei wieder minecrack genau also die version heißt minecrack halt er hat mir wieder minecrack weggenommen genau wie immer ihr kennt ihn ja und wieder mit elke der natürlich wieder hier voll heavy am kämpfen ist ja ich bin der fighter schlechthin der creeper explodieren lässt gegen skelette kämpft fast stirbt fast hin und wieder mal stirbt ah cool kisten kann man auch mit der mittlere maustaste sortieren das ja mal sehr cool und hier ist körper wir brauchen mich doch nicht ihr dummen viecher ja schießt euch gegenseitig ab so und die sind jetzt ja auch schon wieder abgewachsen wie blöd sind die skelette eigentlich aua jetzt schießen sie mich ab ja sie schießen sich erst mal drei mal gegenseitig ab ja ja das machen die wenn die sich gegenseitig anschießen dann können die sich dann sind sie zu blöd zum scheiß nein sie haben dann mich abgeschossen wieder bamm 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 nein hier ist irgendwo noch so ein komisches ding drin ach nee jetzt sagt dann muss ich das halt selber abholzen so ein scheiß zack 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 und hier sehr nice sehr nice sehr nice aber wir brauchen wirklich eisen jungen gibt es keinen kohle generator wo man kohle verbrennen kann ja gibt es ja aber um den zu machen brauchen wir eisen ist so ich muss mir als allererstes mal einen ofen machen und dann mein schweinefleisch was ich dabei abraten so eine schweiß kleine schweiß ja ja gut ich baue erde auf dem boden ok komisch anruf nein da hat jetzt keine mutter aber meine mutter ja leicht ich kenne die muttera ja gar nicht Ich glaub, wenn du SDRG drückst, dann stehen die Eigenschaften da, oder SDRG oder SDRG? Ja, was für ne Energie-Dings da, also hier gibt's auch noch so nen Mod, der irgendwas mit Energie macht und da braucht man so verschiedene Eigenschaften, um verschiedene Sachen herzustellen und die kann man da halt so sehen. Ah, ein Minecraft-Lag. Man ist ruhig. So, da kam ich wieder auf 24 Vollzeug. Wow, ich hab nen Hanger. Let's let it hang around. Hangover. Ne, hangover ist wieder was anderes. Alter, scheiße. Hängt immer noch. Ne, jetzt kann ich nicht mehr wieder SDRG. Bam. Bam, 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 bam. Zack. Und ich krieg hier doch nen Schaden. Und ich krieg hier wieder. Yay. Hier wieder her, die Schweinebacke. Zack. 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 Oh. Oh. Oh, mein Holz ist schon wieder leer. Ja. Und das. Jo, Wut ist Wut. Wut-Spielerei. Ha, ha. Das ist okay. Okay, Saptings haben wir auf jeden Fall drauf. Also Spieker hat sich übrigens entschieden nichts mitzumachen, weil er sich zu doll über diese Spieker aufnimmt. Okay. Aber es gibt dann immer noch Highway Cookie und Kronk, die noch mitmachen. Ja. Und Sarrazan natürlich auch. Ja. Und Team Peelsmeet. Die Abgeber. Ja, Peelsmeet, das ganze Team natürlich. Ja. Und, ah, wen wir nicht vergessen dürfen, Shuffle LP. Genau. Und Zombie. Und, äh, Iblali. Iblali wird extra wegen uns auch Let's Player. Und was es alle noch gibt. Concrafter. Äh, Gomme HD. Wir machen hier den Mega-Community-Server und ihr kommt alle nicht rein, außer diese Let's Player. Ha, 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 ha. Also am Anfang könnten wir prinzipiell sogar noch Viewer reinnehmen, wenn wir jetzt noch so wenige haben. Ja. Also, falls ihr Interesse habt, Kommentare oder private Nachrichten. So, und ich, es wird schon wieder dunkel, also am besten... Ja, kommentieren, Joe, machen wir nichts. Genau. Wir machen nämlich die Nicht-Kommentare, kommentieren, Nicht-Joe. Nein. Äh, es wird... Ich habe eine Verneinung, das wäre ja dann Ja gewesen und das war falsch. Dammt. Äh, es ist jetzt dunkel, es ist übrigens jetzt dunkel, also, und wir haben Neumond, also, da ist kein Mond. Und, bumm, 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 auf den Crips. Ähm, und deswegen solltest du am besten... Deswegen solltest du am besten jetzt nicht aus der Höhle rausgekochen kommen. Ja. Und wir fallen überall essen rum. Und wir fallen überall essen rum. Ähm, zweideutig. Was ist das da hinten? Das leuchtrotender Stein. Das leuchtrotender Stein. Äh, das sind Shards, glaube ich, und die brauchen wir zum Zaubern. Also mit... Rotleuchtender Stein. Sorry, tut mir leid. Ich bin nicht so schlecht heute. Ähm, öp. Zack. Okay, jetzt habe ich wieder ein bisschen Corel zum Kronwalltauchbauern. Zack, zack, zack. Okay. Ja, nice. Jetzt haben wir hier nur zwei Sand. Ähm, und hier fliegt schon wieder so eine scheiß Flickerroh. Oh, da habe ich auch noch grünes Zeug. Warte mal, ich habe weißes Zeug auch noch gefunden. Ähm, wie heißen denn diese Regale da? Aluminiumohre. Also die Regale heißen Bridge Shelf. Ich habe Aluminiumohre gefunden. Okay, wir brauchen aber Eisen. Ist ja egal ob es Aluminiumohre braucht. Äh, blablablabla mein Inventar da. So, Bookshelf, Bookshelf. Nein, ich habe nicht Bookshelf gesagt. Okay, einfach nur Shelf. Bridge Shelf. Ja, Oak Shelf. Spruce Shelf, Birch Shelf, Jungle Shelf. Was für einen hast du gemacht? Ja, einfach mit dem jeweiligen Holz. Der Aufbau ist immer der gleiche. Okay, dann das da. Dum dum dum. Slaps, das, das. Okay. Eben, du kannst das einmal Slaps machen. Kannst du gleich ein so ein Bücherregal machen mit einem Holz. Ah ne, das sind gar keine Slaps. Duplatte. Duplatte. Zack, zack, zack. Sechs Stück. Zack, zack. Zack, zack, zack. Und zack. Und zack. Und zack. Also, ich habe hier jetzt noch was Neues gefunden. Und zwar einmal Monazid Ohre. Und einmal Air Shatter. Schad. Schad. Schad sind wichtig. Die brauchen wir. Ja, ich habe eher Schad. Eher Schad. Schad eher fest. Schad. 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 Jetzt habe ich Fire Sharp. Da, warum. Jetzt satt. Okay, drei neue Regale. Fade. Verbrauchen zwar ein bisschen mehr Platz als, ähm, die... Kisten. Kisten aber sehen viel besser aus und einiges mehr Platz aber sie sehen geiler aus, du weißt immer wo was ist und ja Genau und man kommt gegebenfalls schnell ab Wir können es halt so machen, dass wir vielleicht einfach so einen Scharf in die Mitte bauen zwischen vier Kisten und dann links oben, rechts oben, links unten, rechts unten machen Aua! 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 Zombie kommt natürlich auch noch rein hier auf dem Server Genau Und wer es bis jetzt noch nicht kapiert hat, der ist echt so Echt so So also ganz rechts ist mal Erde Also in den Regalen und Korbel kann ich auch noch mal da nehmen Hast du kapiert wie ich gemeint hab mit dem Lagerflip? Ja, nö, ich hab dir nicht zugehört Mann, wer hört mir nie zu? Das sollt ihr mal in die Kommentare, Flameteam Flameteam Nein, nein, nein Keine Ahnung was, nein nein, dislike ihn nicht, aber flameteam Dass er mir mal endlich zugehört wird Übrigens ich hab auch noch jetzt Feierschaden Okay, sehr gut, sehr gut Äh, und wenn du da rüber gehst mit Schiff, dann müsste da so ne kleine Flamme sein, kann das sein? 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 Ja Ah ernsthaft, kein einziges Eisen? Ja Ja Geh weg So Ähm, ich brauch ein Schwert, ich hab kein Schwert mehr Da ist ein Stick Und Cobblestone nehme ich mir auch mal mit Dann werde ich nämlich jetzt Sandfarmen gehen, damit ihr unser Haus auch mal ein paar Fenster bekommt Das wäre nämlich nicht unbedingt das Schlechteste Zack So Okay dann Sand abbauen bei Nacht Hm Und ich sollte mir mal hier merken, wo hier vielleicht ein Weg runter geht Egal mach ich nicht Tipp Äh, ich denke mal Wollen wir da hinten auf dieser einsamen, wir haben da so ne einsame Insel Ja, so ne einsame Insel, übrigens ich schau gerade schon seit ca ne halben Minute ein und dieselbe Sache an Okay Ich bin der beste Let's Player ever Ich hab Eisen gesehen Oh nein, bitte, bau ab, bau ab Ich sterbe Nein Nein, nein Nein Nicht dein Ernst Nein, tue ich nicht So, ich baue jetzt hier Tiefseesand ab, also Ne, aber und zwar Ne Nein, 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 nein Und wer das nicht versteht, der kann mich mal Das ist auch ganz normal Wer macht das schon Eure Eltern sind einfach echt was richtig gutes Echt so, die machen ein Essen Eben Gratisessen Oh mein ich komm Taschengeld Wer zu würdigen weiß, der kriegt, der sollte echt mal versuchen ohne seine Eltern zu leben erstmal. Ich sag nur die strengsten. Wohlgemerkt wer in unserem Alter ist. Ich sag nur die strengsten Eltern der Welt. Okay, jetzt vielleicht etwas krasses Beispiel, aber das sind auch Eltern. Äh, nein, das sind einfach nur so fremde Leute. Hast du das schon mal angegeben? Ja, aber auch Eltern von Kindern. Ja, na und? Ja eben, und deren Kinder, besonders deren Kinder die Spuren wie sonst was. Und da sollst du mal sehen wie gut ihr es überhaupt habt. Mhm. Versteht der Misch? Also ich komm jetzt nach Hause, ich hab sieben Eisenerz. Boah, bitte nicht so viel. Alter, mehr hab ich nicht gefunden. Und da kommt ein Skelett und schießt mich ab. Ja. Ich wetten in deinen Kommentaren steht, bei Bum 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 hast du Eisen übersehen. Ich hab kein Eisen übersehen. Ich hab gerade alle Ohres mitgenommen, die gehen. Außer dieses vermistete Ohre, weil ich das erst mit einem Eisen da ist. Ich sollte nicht aus der Höhle gehen, scheiße. Ja, wir haben übrigens noch gar nicht. Ja, danke, dass ich mir jetzt schon sagen. Scheiße, dass jetzt mein Schwert kaputt ist. Ja, bitte. Richtig Genialo, die sterb hier gleich! Nicht, du hast Eisen dabei. Scheiße, aber mein Schwert ist nochmal aus. Warte mal. Äh, craft dir halt schnell eins Neues. Scheiße, nur noch ein, zwei Leben. Nein, nicht sterben, don't die. Ich verbiete es dir. Ich überlebe. Gut, sehr gut. Äh, natürlich das falsche hier hingestellt. Klar, war doch sowas nicht klar. Äh, hier gibt's kein Sand mehr, doch da. Hallo Sand. Oh, hier, ich hab Kohle gefunden. Soll ich mal abbauen? Ich hab nochmal 22 Kohle hier. Und hab schon Kohle absichtlich übersehen. Wieso? Wir brauchen Kohle für den Generator. Nein, eine Schaufel ist kaputt. Ja, aber nicht so viel Kohle. Ich hatte keinen Bock, mich irgendwo hochzustürzen, um die Kohle abzubauen. Yay, 30 Friday. Erst im Morgen, oder? Es ist grad am Aufstehen, die Sonne. Es ist grad am wach werden. Also übrigens, ich sag euch, es ist echt so geil mit dieser mittlere Maustaste. Und wer keine mittlere Maustaste hat, sagt wie Sneaky, der ist voll geöpfert. Geöpfert. Aber ehrlich, es gibt Jungle, es gibt, äh, es gibt diese Desk- Desk-Schreibtische, so geil. Aha, was kann man mit dir machen? Ja, keine Ahnung. Aber sie zu haben ist geil. Can't reduce, can't, Moment, can't reduce. 750 EU Ja, wow, Creeper. Ja. Eu-T-E-U-T-C-Einerator Nein! Nein! Mein... 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 Mein Fete Beist ist abgestürzt Mein Fete Beist ist abgestürzt und jetzt seht ihr mein Desktop Das verbiete ich euch Alter! Boah! Was ist heute mit Freds los? Monster Jäger, mo mo mo! Fete Beist, okay ist bei dir schon die Nachricht gekommen, dass ich rausgegangen bin? Ja, ist schon gekommen. Okay. Ich hab dir das Achievement, mo 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 mo, und der Jäger ist so gut. Und wieso? Nein, wieso gar nicht mein... Tastmanager. Ja, sorry, dass hier bei mir grad eine kleine Auswahl ist. Ähm... Und ich hab hier einfach mal viel zu viele Java-Echsen auf. Oh Gott, ich beende die mal. Ich hoffe, Java-Echsen auf. Ja, der Server und einmal, ähm... Feed the Beast. Wenn du bändest den Server, dann bin ich böse. Ja, ja, ja. Ähm, wir sind grad bei 12 Minuten. Ach, das geht ja mal. Mhm. Feed the Beast. So. Feed the Beast. Feed the Beast. Natürlich nicht meine Übersetzung glauben, weil die natürlich falsch ist. Ach, was. So, äh... Brrrbrrrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbr- Und sorry für das ethische Leckchen hier grade. Läcken, haha. Ja, ich lecke an allem rum, was mir in den Weg kommt. Ich sollte mir vielleicht mal ein Waypoint für Zuhause setzen. Ja, wäre nicht schlecht. Und mein vierter Beast sollte vielleicht mal laden. Loading, 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 sauber, sauber, loading, loading. Oh, sieht schon nice aus das Haus. Dankeschön. Eine Karotte. Zack, Synchro. So, und jetzt seht ihr hier wieder mein Bild. Und Connect to Minecraft. Yeah. Connect to Minecraft. Also ich mag endlich, dass dieses scheiß DayZ Standalone rauskommt. Weil dann habt ihr noch ein neues Let's Play und zwar DayZ. Aber ich werde da nicht mitmachen. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Du hast mitzumachen, weil zu dritt macht es viel mehr Spaß als zu zweit. Wenn man sich erst gefunden hat, würde man. Bum, 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 bum. So. Okay. Aber DayZ ist einfach so episch. Und wieso willst du dann mitmachen? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich mache mit. Wenn DayZ Standalone rauskommt, hast du mitzumachen einfach. Okay. So. Ich habe ein epische Kohle gefunden. Ein epische. Ein epische. Oh ja. Sand. Das Ding kann ich mal brutzeln. Haben... Ah ja, super. Wir haben hier noch einen Stack Kohle. Alter, Alter, Alter. Wow, praktisch. Passt. Perfekt. Also hier rechts sind immer 64er Stacks Erde. Falls es dich interessiert. Vielleicht halbwegs. Und da brutzelt was. Ich habe ein Zombie-Brain. Lecker. Ja ehrlich, das ist kein verrottetes Fleisch. Das ist einfach ein Zombie-Brain. I know it. Du bist so Brain-Ark, ey. Das geht echt gar nicht. Zack. Zwei Glase. Oh, du witzig. Ja. 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 So. Zack, zack. Dann ziehe ich mal hier schon die Decke rein. Alter, wie geil. Man kann das ordnen lassen. Mit zweimal Klick. Ha? Mit zweimal Klick oder dreimal Klick kann man das ordnen lassen. Ja. So. Zack. Wie viel Level hast du eigentlich schon? Ich habe jetzt 16 Level. Sehr nice. Gut. Ich habe noch nicht mal ein Level voll. Aber okay. Ich bin ja auch nicht in Höhe. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Oh, verdammt leer. Gibt's hier noch Holz? Äh, nöp. Gibt's da noch Holz? Äh, nöp. Verdammt. Holz, 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 Holz. Wir lieben alle Holz. Und ich kann singen nicht gut. Und hier ist Holz. Ich kann singen nicht gut und Deutsch nicht gut. Ich nicht kann. Du nicht kannst überhaupt sagen. Genau. Und das zwei Settlings. Ich wollte direkt wieder anpflanzen, weil er, nachdem ich das hier ein bisschen aufgeschüttet habe, zack, 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 und genau da drauf. Perfekt. So. Zack und zack. Äh, Gravel. Das bräuchte ich jetzt noch. Und unser Haus sieht irgendwie komisch aus. Und das. Oh, ich liebe diese Regale. Ich liebe Feed the Beast. Boah, das ist alles einfach so geil. Schau dich doch an hier. Äh, ich stand dir kopf vor. Die beiden Regale, ganz links. Ja, ja, die sind übelst episch aus. Vor allem wegen diesen Kripp. Äh. Ich hab die. Ja, ich muss mal an. Nee, aber schau mal die drei, die vier Sachen da unten an. Da ist Eisen dabei. Ja. Ja. Hallo Eisen. Sieben. Oh, jetzt so viel. Äh, ja, okay, ich mach mal einen zweiten Ofen. Weg, bitte. Nee. Okay. Bitte. Ich muss kurz Schweinefleisch braten. Warte, ich... Hast du einen neuen Ofen gebaut? Den hab ich schon dabei gehabt im Moment. Weswegen wollte ich wohl so, dass du weg gehst. Zack. Äh, hier haben wir's. Du kannst dir dann auch zwei... Äh, du kannst dir dann auch... Warte, ich nehm mir noch... Ich... Äh, du kannst dir die restlichen fünf nehmen. Fleisch. Okay. Äh, ich brauch aber nichts. Ich war ein bisschen Schweinehacker. Hm, zack, da unten sind... Ja, okay, ne, die brauch ich. Zack, zack, das nehm ich mal mit. Also, du hast mich voll erschreckt, weil es ist plötzlich da rausgefallen und ich hab mir gedacht, what the fuck. Zack, so. Jetzt hab ich noch einen Gravel. Wie viel Eisen braucht man für einen Meserator oder sowas? Äh, wir nehmen schon viel zu lange auf, Junge. Nein. Okay. Ähm. Dann... Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen wieder. Ja, ich höre in die Augen. Nein, übermorgen. Äh, übermorgen wenn's heiß. Let's play Feed the Bees. Augenkrebs. Und... Tschau Leute. Tschüss.